Hey Leute, hier ist der Marc. Willkommen zu einer neuen Schiffsvorstellung. Heute haben wir hier den japanischen Flugzeugträger auf Stufe 7, die Shokaku am Start. Dort werden wir uns natürlich anschauen, welche Module ich verbaut habe, welche Verbesserungen. Dann gucken wir uns die Verbrauchsmaterialien an, die Werte vergleichen diese mit anderen Schiffen auf der Stufe. Dann gibt es die Kapitänskillung und natürlich noch das erste Gameplay. Fangen wir doch mal direkt hier mit den Modulen an. Dort nutze ich im ersten Slot Flugüberwachung Mod 1. Dort wird die Vorbereitungsrate für Flugzeuge reduziert, was auf jeden Fall sehr, sehr gut ist. Im zweiten Slot nutzen wir Luftgruppen Mod 2. Dort erhöhen wir einmal die Trefferpunkte von beiden Flugzeugtypen. Das hilft einfach dabei, die Flugzeuge nicht so schnell zu verlieren. Im dritten Slot nutzen wir das Tarnsystem Mod 1. Das ist natürlich sehr wichtig, mit einem Flugzeugträger in der Tarnung zu bleiben. Und dabei hilft uns auf jeden Fall das Tarnsystem Mod 1 hier. Und im letzten Slot nutzen wir Luftgruppen Mod 3, um einfach nochmal eine erhöhte Rückkehrgeschwindigkeit der Flugzeuge zu bekommen. Und nochmal die Trefferpunkte der Sturz- und Torpedobomber hier zu erhöhen. Man könnte auch durchaus überlegen, wenn man sagt, okay, die Trefferpunkte, die reichen mir bei den Flugzeugen. Auf Flugüberwachung Mod 2 zu gehen, um einfach eine höhere Reisegeschwindigkeit zu haben. Das hilft natürlich dabei, häufiger anzugreifen. Aber es bringt halt auch nicht so viel, wenn man halt keine Flugzeuge mehr zur Verfügung hat. Deswegen nehme ich hier die sichere Variante mit mehr Trefferpunkten. Und die Verbesserungen sind soweit alle eingebaut. Bei den Schiffsverbrauchsmaterialien haben wir einmal das Schadensbegrenzungsteam mit unendlich Aufladungen. Außerdem den Jäger mit 4 Aufladungen und beide Verbrauchsmaterialien werden hier automatisch eingesetzt. Und bei den Torpedo- und HE-Bombern haben wir jeweils die Motorkühlung mit 2 Aufladungen und noch die Jägerpatrouille mit 3 Aufladungen. Dann kommen wir zu den Werten. Diese werden wir natürlich wieder mit anderen Flugzeugträgern auf der Stufe vergleichen. Wir haben bei Überleben 64 Punkte. Trefferpunkte sind 51.400, was relativ wenig ist für die Stufe. Panzerungen sind 6 bis 215 Millimeter. Dort schauen wir uns natürlich auch schnell die Panzerungsgruppen an. Bugpanzerungen haben wir hier 19 Millimeter. Dann haben wir hier noch den Aufbautenpanzerung. Hier nochmal das Casemate. Und was auf jeden Fall nochmal auf jeden Fall interessant ist, ist hier die Deckpanzerung, die wir haben von 19 Millimeter. Das ist auf jeden Fall bei Flugzeugträgern immer ein Wert, wo man drauf achten sollte. Und dann schauen wir uns natürlich noch die Zitadelle an. Dort hier auf jeden Fall unterhalb der Wasserlinie, mehr oder weniger in der Mitte des Schiffes auf jeden Fall. Und im Gegensatz zu den unterstufigen Flugzeugträgern haben wir jetzt hier wenigstens etwas Panzerung, was die Zitadelle wenigstens ein wenig schützt. Und die Torpedoschadensverringerung sind 25%, was ein sehr guter Wert ist für die Stufe. Weiter geht es mit den Flugzeugen. Dort haben wir 35 Punkte. Wir haben eine Staffel Torpedobomber mit 3.225 Trefferpunkten, was unterdurchschnittlich ist. Eine Reisegeschwindigkeit von 123 Knoten, was ziemlich schnell ist. Höchstgeschwindigkeit von 159 Knoten, was auch schnell ist. Größe der Angriffstaffel sind 3. Flugzeuge je Staffel sind 6. Erkennbarkeitsreichweite sind 7,5, was auf jeden Fall ein guter Tarnwert ist. Flugzeuge an Deck haben wir 15 Stück. Flugzeugwartungszeit sind 72 Sekunden, was eine gute Zeit ist. Der Torpedohöchstschaden liegt bei 7.567, was auf jeden Fall ein überdurchschnittlicher Schaden ist. Torpedogeschwindigkeit 50 Knoten, was relativ schnell ist. Und auch die Torpedoreichweite ist sehr gut mit 5,5 Kilometern. Außerdem haben wir auch noch eine Staffel Sturzbomber mit 3.190 Trefferpunkten, was auf jeden Fall auch unterdurchschnittlich ist. Eine Reisegeschwindigkeit von 130 Knoten, was schnell ist. Auch die Höchstgeschwindigkeit hier wieder schnell mit 166 Knoten. Größe der Angriffstaffel 3. Flugzeuge je Staffel 6. Dann haben wir noch eine Erkennbarkeitsreichweite von 10 Kilometern. Und Flugzeuge an Deck haben wir 15, Flugzeugwartungszeit 76 Sekunden. Die Bomben machen einen Höchstschaden von 9.620, was unterdurchschnittlich ist. Und die Brandwahrscheinlichkeit liegt bei 55%, was etwas überdurchschnittlich ist. Dann kommen wir zur Artillerie. Dort haben wir 7 Punkte und bei der Sekundärbewaffnung 2x2, 127 Millimeter Geschütze. Mit einer Feuerreichweite von 4,5 Kilometern, einer Ladezeit von 6 Sekunden. Und dort machen die Sprenggranaten einen Höchstschaden von 2.100 bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Und zusätzlich noch 6x2, 127 Millimeter Geschütze. Mit einer Feuerreichweite von 4,5 Kilometern, einer Ladezeit von 5 Sekunden. Und auch hier liegt der Sprenggranatenhöchstschaden bei 2.100 bei einer 8%igen Brandwahrscheinlichkeit. Dann kommen wir zur Flugabwehr. Dort haben wir 69 Punkte und 32x1, 25 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 58 und einer Feuerreichweite von 3,1 Kilometern. Dann noch 20x3, 25 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 122 und 3,1 Kilometer Feuerreichweite. 2x2, 127 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 20 und einer Feuerreichweite von 5 Kilometern. Und zu guter Letzt noch 6x2, 127 Millimeter Geschütze. Mit einem mittleren Schaden pro Sekunde von 61 und einer Reichweite von 5 Kilometern. Allerdings muss man dazu sagen, dass die Flugabwehr nicht die beste ist für die Stufe. Nun kommen wir zur Manövrierbarkeit. Dort haben wir 57 Punkte. Höchstgeschwindigkeit sind 34 Knoten, was sehr schnell ist für die Stufe. Wendekreisradius sind 1130 Meter, was unterdurchschnittlich gut ist. Dann haben wir noch eine Ruderstellzeit von 13,1 Sekunden. Was auf jeden Fall auch ein guter Wert ist für die Größe von so einem Flugzeugträger. Und zu guter Letzt kommen wir noch zur Tarnung. Dort haben wir 69 Punkte. Erkennbarkeit zu Wasser sind 9,5 Kilometer. Was ganz okay ist auf jeden Fall. Man kann natürlich bei den japanischen Flugzeugträgern noch einiges durch die Kapitänskillung rausholen. Erkennbarkeit zu Luft sind 7,7 Kilometer. Was auf jeden Fall unterdurchschnittlich ist ein guter Wert. Und garantierte Erkennbarkeitsreichweite sind ganz normal 2 Kilometer. Dann kommen wir zur Kapitänskillung. Dort nutze ich Tamon Yamaguchi mit der Basisfähigkeit Typhoon. Erhöht den Schaden der Flugabwehr ihres Schiffes. Was natürlich ganz nett ist. In der ersten Reihe haben wir geskillt Fliegenklatschen. Erhöht den Schaden der Flugabwehr ihres Flugzeugträgers. Dort wird nochmal der Schaden erhöht. Das ist natürlich sehr sehr nützlich, wenn der feindliche Flugzeugträger versucht einen aufzuklären. Für das eigene Team aufzumachen. Dass das Gegnerteam uns quasi beschießen kann. Und wenn die Flak natürlich stärker ist in Kombination mit der Basisfähigkeit. Dann können wir schneller die feindlichen Flugzeuge abschießen. Und wieder in die Verborgenheit gehen. Was natürlich super ist. In der zweiten Reihe nutze ich dunkle Silhouette. Verbessert die Verborgenheit ihres Flugzeugträgers. Das ist auf jeden Fall ein sehr sehr starker Skill. Ihr könnt hier wirklich nochmal richtig den Tarnwert runter drücken. Was es natürlich für das feindliche Team deutlich schwerer macht euch zu finden. Aber auch alternativ der Einzelfahrschein eine sehr starke Alternative. Wir haben ja doch bei den japanischen Flugzeugträgern die Stärke bei den Torpedos. Hier kann man nochmal den Torpedo Schaden um bis zu 5% erhöhen. Was natürlich super wäre. Allerdings müsstet ihr natürlich sehr sehr viel Tarnung dafür hergeben. Aber beides gilt es auf jeden Fall nützlich. In der dritten Reihe nutze ich versteckte Bedrohung. Verbessert die Verborgenheit und die maximalen Trefferpunkte der Torpedobomber. Das ist natürlich auch nochmal super. Hier nochmal die Trefferpunkte der Torpedobomber nach oben packen. Um einfach besseres Überleben zu gewährleisten. Dass eure Flugzeuge nicht so schnell abgeschossen werden. Speziell hier die Torpedobomber. In der vierten Reihe nutze ich Burn Baby Burn. Erhöht den Schaden und die Brandwahrscheinlichkeit der HE-Bomben ihrer Flugzeuge. Was auf jeden Fall ganz nett ist. Einfach ein paar mehr Brände. Und außerdem noch mehr Schaden durch die HE-Bomben. Alternativ wäre dort aber auch nochmal eine Möglichkeit auf weitere Tarnung zu gehen. Und zwar mit prüfender Blick. Was auch nicht verkehrt ist. Ich habe mich hier aber für den Schaden entschieden. Und bei den legendären Skill nutze ich einmal vollständig verpackt. Fügt eine zusätzliche Ladung für jedes ausgerüstete Verbrauchsmaterial hinzu. Und verringert die Ladezeit aller Verbrauchsmaterialien. Dieser Skill ist besonders gut für die Verbrauchsmaterialien von euren Flugzeugen. Weil ihr diese dann einfach öfter nutzen könnt. Für das Team auch sehr sehr nützlich. Ich sage mal die Verbrauchsmaterialien was der Flugzeugträger direkt hat. Da braucht man eigentlich keine weiteren Aufladungen. Aber für die Flugzeuge sehr sehr nützlich. Und bei den Inspirationen nutzen wir einmal den Jersey Swirsky. Um einen besseren Tarnwert zu bekommen. Was natürlich super ist. Und als zweites der Reiso Tanaka. Um nochmal den Torpedoschaden nach vorne zu pushen. Alternativ könnte man natürlich auch den Space Fischi nutzen. Dieser erhöht nochmal die Torpedogeschwindigkeit. Was natürlich auch nützlich ist. Oder der britische Kapitän Philly Vyan. Welcher einfach die Streuung von den Gegnern verschlechtert. Falls ihr doch mal aufgeklärt werden solltet. Hilft euch das hoffentlich länger zu überleben. Oder man könnte natürlich auch noch den amerikanischen Flugzeugträger Kapitän. Als Inspiration nutzen. Dieser kann nochmal die Reichweite der Flak erhöhen. Was natürlich auch eine super Sache ist. Aber ich bleibe hier auf jeden Fall bei meinen zwei Auswahlmöglichkeiten. Und ich würde auch sagen, wir gehen mal direkt ins erste Gameplay. So, wir sind direkt im Gefecht. Haben schon unsere Torpedostaffel in der Luft. Und setzen jetzt hier auch mal direkt einen Patrouillenjäger über unseren befreundeten Zerstörer. Weil der feindliche Flugzeugträger auch hier in der Nähe ist. Auf der Karte gefahren. Erd sind wir gerade unterwegs. Versuchen jetzt erstmal fürs Erste ein bisschen fürs Team aufzuklären. Und ich kann euch auf jeden Fall empfehlen. Gerade mit der Shukaku wollt ihr auf jeden Fall die Torpedo Bomber nutzen. Sofern ihr noch welche am Deck habt. Dementsprechend werden wir jetzt auch die ersten paar Angriffe auf jeden Fall immer die Torpedo Bomber nutzen. Und später dann die HE Bomber. Hier haben wir eine Kutus aufgefunden. Den zweiten Zerstörer oder den ersten feindlichen Zerstörer. Und ich würde sagen, wir fliegen mal hier fürs Erste die Iowa an. Torpedos sind raus. Sehr schön. Starten auch direkt die nächste Staffel. Wir fahren mit unserem Flugzeugträger gerade noch ein bisschen nach vorne. Müssen wir mal aufpassen. Mit dabei übrigens der Tactic Angel in der Masse. Und der JC Gameplay mit der Atago. Und wir versuchen jetzt hier mal die Amagi anzufliegen. Die hat gerade das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Flugzeugträger ist natürlich sehr sehr einflussreich. Gerade in der Kombination mit einer Division. Wo man dann die Infos hat. Schadensbegrenzungsteam ist draußen. Wenn man dort dann im Anschluss eine permanente Flutung zum Beispiel bekommt. Ist das natürlich sehr sehr stark. Und sehr viel Schaden was dabei rumkommt. Und ich bin auch der Meinung. In Kombination mit den Flugzeugträgern. Sollte die Flutungsmechanik ein bisschen überarbeitet werden. Weil das halt schon sehr sehr nervig sein kann. Gerade für Schlachtschiffe. Wenn man dann halt ein Feuer repariert. Oder mehrere. Dann kommt der Flugzeugträger mit den Torpedos an. Und versetzt einen. Ewig lange in eine permanente Flutung. Das ist nicht schön. Haben hier auch keine Probleme unsere Drops rauszubringen. Zumindest einen. Für den zweiten Drop wird es natürlich dann schon ein bisschen schwierig. Kicken jetzt auch direkt unsere Flugzeuge wieder zurück. Aber ein Drop macht halt schon gut Schaden. Wir haben jetzt zwei Angriffe geflogen. Gegen wirklich gute Schiffe mit Flugabwehr. Einmal eine Iowa. Und danach eine Amagi und Iowa zusammen. Und haben halt problemlos unsere Drops rausbekommen. Und hat ja über 30.000 Schaden auch in kurzer Zeit gemacht. Leider haben wir schon zwei Schlachtschiffe auf der anderen Seite verloren. Bisschen schade. So langsam gehen wir auch was unsere Torpedo-Bombe angeht ans Limit. Aber das macht nichts. Wir haben noch 15 Bombe am Start. Und die Torpedos die regenerieren ja auch. Und das sollte eigentlich erstmal kein Problem sein. Außer dass wir dann vielleicht ein bisschen wechseln müssen. Und nicht nur permanent die eine Staffel nutzen können. So hier haben wir jetzt nochmal die eine Iowa. Die zwingen wir mehr oder weniger dazu jetzt hier rein zu drehen. Er könnte natürlich auch rausdrehen. Und unseren Team ein bisschen abhauen. Aber durch den Torpedo-Angriff ist er jetzt fast gezwungen rein zu kommen. Leider hier nur ein Treffer. Aber diesmal versuchen wir hier mal einen zweiten Angriff zu fliegen. Diesmal ist die Iowa alleine. Amagi ist ja schon draußen. Diesmal haben wir auf jeden Fall einen zweiten Drop auch durchbekommen. Auch mal einen Torpedo-Treffer. Leider hat unser Team komplett die andere Seite so ein bisschen nicht so ganz im Griff mehr. Auch wenn wir dort von den Schiffen noch drei Stück haben. Leider schon ein Schlagschiff dort verloren. So wir greifen jetzt mit den HE-Bombern an. Dort ist es natürlich wichtig nicht von der Seite anzufliegen. Sondern von vorne oder von hinten. Dass man den bestmöglichsten Angriffsflächen hat. Hier jetzt vielleicht nicht der optimale Winkel. Können aber noch so ein bisschen drehen. Dennoch hier einen Treffer gemacht. Und auch einen Brand verursacht. In der Mitte ist nochmal wieder die zweite Iowa. Nochmal das Cap resettet. So wir haben jetzt wieder schon ein paar Torpedo-Bomber am Start. Da wir sowieso meistens nur einen Drop nutzen. Macht das nichts, dass wir jetzt nur vier haben. Da können wir problemlos die Iowa nochmal schön anfliegen. Von der Seite. So, fährt er sogar gegen die Insel. Weiß es nicht. Kann sein. Aber unser Drop ist draußen. Drei Treffer. Und damit ist auch die Iowa versenkt. Versuchen wir jetzt hier den Taktik ein bisschen zu supporten. Vorsichtshalber. Schicken wir unseren Flugzeugträger nochmal nach hinten. Relativ ausgeglichenes Gefecht hier. Fünf Schiffe. Beiden Teams noch übrig. Jedes Team hat zwei Caps. Wird auf jeden Fall eine enge Nummer hier. Ging jetzt hier wieder die Iowa an. Die relativ, ja, stationär ist. Ganz langsam vorwärts fährt. Das ist natürlich ein einfaches Ziel hier. Drei von drei Treffern. Und auch zwei Brände gemacht. Und jetzt nutzen wir mehr oder weniger die Torpedo-Bomber als nächstes. Weil er hat jetzt auf jeden Fall das Schadensbegrenzungsteam genutzt. Und wenn wir jetzt eine Flutung bekommen mit unseren Torpedos, dann ist die Iowa hundertprozentig tot. Und das wollen wir natürlich hier auch versuchen. Wir können damit halt auch das B-Cap verteidigen. Ich denke mal, die Iowa möchte das bestimmt gerne einnehmen. Immer noch zwei Zerstörer unterwegs. Torpedos sind draußen. Nutzen jetzt hier unsere Bomber und versuchen dort vielleicht mal einen feindlichen Zerstörer zu finden. Drei Treffer inklusive Flutung. Damit ist auf jeden Fall die Iowa draußen. Sehr schön. Der wird an einer Flutung sterben in jedem Moment. Wir haben ja vorher die Doppelbrände gemacht. Da kann er halt nichts gegen machen. Und ja, jetzt haben wir sogar einen Schiff Vorteil. Oh, da rechts ist auf jeden Fall die Yudachi. Beim JC. Damit sollte er eigentlich klarkommen. Aber da hinten kommen nochmal Torpedos. Da muss halt irgendwo der zweite Zerstörer sein. Beziehungsweise die Torpedos waren glaube ich vom Flugzeugträger. Also Yudachi leider auch fast tot schon. So, ich lasse jetzt hier nochmal einen Patrouillenjäger da für die feindlichen Angriffe vom Flugzeugträger. Und ich würde jetzt schon gerne irgendwie noch den anderen feindlichen Zerstörer finden. Die Yudachi wissen wir ja, dass die oben ist. Aber hier war irgendwo noch die Z39 gespottet. Leider hat die Yudachi den JC rausbekommen. Dann werden wir jetzt zur Yudachi hochfliegen und versuchen diese für unser Team aufzuklären. Unser Rischö hier hat noch relativ gut Trefferpunkte. Das ist auf jeden Fall noch gewinnbar. Knappes Ding. Drei gegen drei hier. Unsere Yudachi ist halt auch fast tot. Aber die feindliche Yudachi hatte glaube ich auch nicht mehr viel Leben. Ne. Die ist auch fast draußen. Okay, fährt jetzt hier auch ins A-Cab rein. Noch haben wir den Punkte Vorsprung hier. Oh, fliegen jetzt hier die Yudachi an. Ist ein bisschen langsamer wie gedacht. Deswegen müssen wir doch relativ frühzeitig droppen. Lassen jetzt hier auch unseren Patrouillenjäger dort für das Spotting. Und irgendwas ist ein B-Reim gefahren. Entweder ist es jetzt der letzte Zerstörer. Oder das ist halt wirklich der feindliche Flugzeugträger. Das macht natürlich auch Sinn. Gerade in so einem Gefechten, wo man weiß, wo alle Gegner sind. Halt auch mit den Flugzeugträgern vielleicht mal zu cappen. Wenn das B-Cap uns nicht gehört hätte, wäre ich wahrscheinlich auch schon lange drin. Aber jetzt leider vom feindlichen Flugzeugträger unsere Yudachi rausgenommen. Schauen wir mal, ob wir das gleiche nachmachen können. Diesmal haben wir auch mehr Zeit zum Zielen. Und Treffer, feindlicher Zerstörer versenkt. Und ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es doch wahrscheinlich der feindliche Zerstörer ist, der hier ist. Gegnerteam ist leider, was die Punkte in Führung angeht, weil die feindlichen Zerstörer halt einfach besser gecappt haben jetzt. Mittlerweile. Dadurch, dass wir das B-Cap jetzt verlieren. Das A-Cap blockiert war. Und unsere Yudachi... Wie ist die denn rausgegangen? Ich habe es gar nicht mitbekommen. Worte jetzt noch von der Yudachi rausgetoppt. Das ist bitter. Bitter, bitter. Damit ist das eigentlich das Gefecht zu Ende, mehr oder weniger. Nur noch drei Minuten auf der Uhr. Und das Gegnerteam hat halt den Cap-Vorteil. Hätten wir den Cap-Vorteil, hätten wir auf jeden Fall gute Chancen hier zu gewinnen. Und die Z-39 versucht natürlich, uns jetzt hier auch zu rushen. Na, knapp vorbei. Nutzen jetzt hier die Torpedobomber. Können jetzt hier auch nicht wirklich viel rangieren. Wir versuchen jetzt mal den Kollegen hier über die Insel zu droppen. Weiß nicht, ob es klappen wird. Ähm, eventuell ist er zu dicht an der Insel dran. Aber wir müssen eh zur anderen Seite rüberfliegen. Dann können wir noch einen zweiten Angriff fliegen zur Not. Gucken wir mal. Das wird ganz, ganz knapp. Und... Äh, ne. Ganz knapp an der Inselkante unten. Gerade. Aber gut, macht nix, macht nix. Wir hätten eh dann auf diese Seite rüberfliegen müssen. Und jetzt können wir halt einen weiteren Anflug starten. Von der Seite versuchen wir ihn natürlich anzugreifen. Torpedos sind draußen. Ein, zwei, drei Torpedotreffer. Vernicht nach Schlag gegen die feindliche Z-39. Ich versuche natürlich jetzt hier noch ins Cap reinzufahren. Aber, ja. Das sind jetzt hier auch nochmal ein Patrouillenjäger da. Zur besseren Flugabwehr. Aber wir werden leider das Gefecht hier ganz, ganz knapp verlieren. Einfach geschuldet, weil das Gegnerteam halt einen Cap mehr hatte. Und wir einfach unmöglich den feindlichen Flugzeugträger in einer Minute rausnehmen können. Gleiche gilt auch für ihn. Er wird uns vielleicht ein paar Mal mit den Torpedos treffen. Weil wir halt auch auf ihn zufahren. Aber rausnehmen wird er uns auch nicht mehr. Dafür reicht die Zeit einfach nicht mehr. Kriegen jetzt hier nochmal ein paar Abschüsse. Versuchen jetzt natürlich nochmal den feindlichen Flugzeugträger zu finden. Okay, die Flugzeuge kommen von rechts. Das heißt, er muss irgendwo in der Mitte rumfahren. Haben jetzt hier nochmal unsere Torpedobomber draußen. Wir werden wahrscheinlich nur einen Drop schaffen. Da ist er auch. Dann ist die Zeit schon abgelaufen. Leider, leider hier eine Niederlage. Aber ich denke mal, wir haben versucht unseren Job hier zu machen. Bisschen schade, dass die Richelieu hier rausgegangen ist. Hätte die Richelieu noch ein bisschen länger überlebt, dann hätten wir das auf jeden Fall gewonnen. Ziemlich sicher. So, fliegen jetzt hier mal ein bisschen von hinten an. Nicht der optimale Winkel, aber nur noch 10 Sekunden auf der Uhr. Wir hatten keine Zeit, nochmal einen besseren Winkel zu bekommen. Aber ja, dann auch zwei Torpedotreffer hier. Sogar alle drei Torpedotreffer. Und es gab noch Großkaliber und Unterstützer am Ende. Leider aber eine Niederlage. 136.000 Schaden wurden es am Ende. Was in Ordnung ist, sage ich mal. 19 Torpedotreffer, sieben Zieltreffer mit den Bomben, sieben oder insgesamt zehn Flugzeuge abgeschossen. Dann haben wir drei Ausfälle gemacht. Vier Schiffe zerstört, fünf Brände, drei Wassereinbrüche und siebenmal das Cap verteidigt. Dann gab es noch Unterstützer, Großkaliber und den vernichtenden Schlag gegen die Z-39. Schauen uns das Teamergebnis an. Ich bin auf jeden Fall zufrieden hier mit unserer Flugzeugträgerleistung. 1.800 Basis-EP in der Niederlage. Das wären fast, ich glaube, über 2.700 Basis-EP für einen Sieg gewesen. Das ist auf jeden Fall eine ordentliche Leistung, wie ich finde. Und ich würde mich selber jetzt nicht als guten Flugzeugträger-Kapitän betiteln, sondern eher sehr unerfahren noch. Auch hier im Gegnerteam auf jeden Fall die Yudachi, die dort einen guten Job gemacht hat, auf den ersten Platz gelandet ist. Auch der Xharkun in der Shukaku, anderer CC, auf Platz 2 gelandet. Schöne Runde gehabt. Sehr, sehr nice. Schauen uns den Wirtschaftszweig an. Haben hier auch 263.000 Kreditpunkte Profit gemacht in der Runde ohne einen Kreditbooster. Und dann gab es auch noch einiges an Erfahrung. So Leute, das soll es auf jeden Fall auch soweit mit der Schiffsvorstellung der Shukaku gewesen sein. Japanischer Flugzeugträger auf Stufe 7. Ein nettes Schiff auf jeden Fall, was hier klar die Stärken bei den Torpedobombern hat, die man auch so gut wie möglich immer nutzen sollte. Und wenn man ja keine mehr hat, dann kann man natürlich auf die Bomber nochmal ein bisschen rumwechseln, auf die HE-Bomber, um dort noch ein bisschen was zu machen. Gerade die Kombination ist manchmal auch gar nicht mal so schlecht, wie wir bei Iowa gesehen haben. Wir haben einfach mit unseren Bomben einen Doppelbrand gemacht, wo er gezwungen wurde sozusagen diesen dann zu löschen. Oder er hat halt viel Brandschaden bekommen. Und anschließend haben wir mit den Torpedobombern halt eine permanente Flutung gemacht. Die Iowa wäre selbst rausgegangen, hätte sie noch 30.000 Leben mehr gehabt, weil die Flutung wäre dann einfach für über eine Minute da gewesen. Und dann wäre die Iowa einfach komplett abgesoffen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst auf jeden Fall ein Like da, ein Abo wäre spitze. Schaut in die Videobeschreibung, dort findet ihr meinen Twitter-Account, meinen Twitch-Kanal, meinen Discord-Server. Schaut dort gerne vorbei, ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.